Ich habe mich rein und gerade immer noch ein Belli auf. Das macht man ja noch. Es ist auch keine Mutter, dass ich diese türen muss. Ich bin auch meine Tochter. Diese rösser, politisch, arroganten Heimatmüge. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, dass das ein superer Schrammling sei. Ein bedruckener Tweet. Ein einkronolisierter Autor. Man kann das aber dichter, dichter. Drei. Zwei. 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 Immerhin. Immerhin. Zwei bis Prinzessin. Ich habe verschlafen. Immerhin. Einmal in der Tüte. Ich bin nicht gleich. Ja. Guten Morgen, Igans. Oder besser gesagt. Guten Mittag. Blöd ist gut gesagt. Ich habe einen geräuntigen Rotweinbälle auf dem Verschlafen. Aber ich habe auch noch. Ich komme gerade erst von da hinauf. Heute gibt es ein Brezenmilch. So, so ein Papier würde ich geschenkt. Ich sage mal. Wie viele Soße haben diese einschichtige Rotweinbälle? Ich sage euch noch. Das ist jetzt. Brezenmilch könnte ich noch essen. Brezenknödel, Brezenknödel. Sanktagruta geht ja Rotweinbälle. Entschuldigung. Du bist allein, Kuhlenspräu. Wurzgell zu. Öppazieren. 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 Du willst nicht nur den Mundi püste. Ja. Öppazieren. 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 Wann lernst du das, dass wir das Sommer wieder aufräumen können? So ein Sauerstell? Glaubst du es? Jeden Tag behältst du mir das Gleiche. Ich weiß nicht, ich so kreativer als du. Ich würde ja alle Tag das Gleiche schreiben. Der Markt liegt Recht. Der Bauer liegt Markt. Recht liegt Ziemann. Hehehe. Wo hast du denn sonst? Einmal so was spät. Wie eine kleine Uhr. Nein. Der Hopfwasser hat mir beim Morgenkaffee gesagt. Er ist ja später vorbei gekommen. Der kommt euch zu. Der kommt euch zu. Ich muss auch gerne unten im Tal lassen. Ich muss euch heute schon wieder sehen. Wieso schon wieder? Der war doch schon eh nicht drüber herunter bei uns. Er hat gemeint. Aber es gab ja doch gewissen. Der war sein Grund. Das Gleiche hat bei Gistern schon gesagt. Und meine Meinung hat sich heute gestern nicht geändert. Sondern es hat... Hör auf. Du willst bei Gistern schon flühen. Gistern? Ist doch gar nicht wahr. Gistern? 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 Er hat mit dem Preis stimmt. Dann gabst du sie schon immer verliere. Gistern? Gistern? Ein bisschen mehr Geld an dir und deiner Dochter schon nicht schaden. Dann gabst du die Brätzchen mit dem auch ab und zu ein Schweineus dazu. Und nicht bloß. Dann schickte die Brötchen. Dann... Hör! Hör! Ich habe ja auch ein Déjà-vu. Was ist denn ein Déjà-vu? Hör! Denn da gibt es noch Video. Zupem ist ja noch nicht Schlagst.... Hör! Das einzige und trifft. Sobrigens hier. Wir machen jetzt noch einmal eine Lufte T descriAN.